Heute ist wie ein Tag, dann posten die Videos die nächsten Tage mal erst. Eine kommt mit dem Postboten, das andere mit Herrnestern, das mit DHL und keine Ahnung was das jetzt ist. Tja, guck mal. Es ist von... DE-Client. Ich muss sagen was ich gestellt habe. Du hast gerade nicht mal verbreitet. Vor allem das kommt aus Deutschland, das war eingepackt wie China, weißt du? Achso, ja. Ich hätte mir ein Hoodie gestellt, hier. War ausverkauft oder so, glaube ich. Ich glaube er ist ok. Was weiß ich was zu sagen. Und ja. Ich muss noch kochen. Content, content, content. Na, musst du essen natürlich. Warum steht hier der Koch im Bild? Warum setzt denn keiner das? Ja. Ja. Ja.